Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist das Unboxing von der Glossybox für den Januar dran. Ich bin schon total gespannt, was drin ist. Ja, nicht lange schnacken und ran an den Fein, würde ich sagen. Wir machen auf! Würde ich sagen, machen wir das Schätzchen einmal auf. So, also diesen Monat ist mal wieder eine ganz klassische Glossybox, wie man sie kennt, in dem schönen, ist das ein alt rosa? Ich glaube schon. Ich mag ja dieses rosa extrem, total gerne. Ein bisschen rosa muss ich auch mal gerne in dem Leben meiner Frau. So, dann erwartet uns sofort das Glossy-Magazin Fleet & Refresh Edition. Das ist also das Thema an diesem Monat. Und da wollen wir mal reinschauen. Also, was heißt reinschauen? Also, wir können da reinschauen. Da sind die ganzen Produkte aufgelistet mit dementsprechend auch den Preisen. Und da können wir auch gleich später mal reingucken. Ich finde das sowieso mal spannend, weil es gibt ja verschiedene Varianten der Box. Und man kann das im Kundenprofil nachschauen. Da muss man einfach auf Abonnent gehen und auf die aktuelle Box, die versendet worden ist. Und da kann man die Variante sehen. Und ich glaube, das war bei mir, lass mich nicht lügen, ich glaube Variante 5. Deswegen machen wir das auch gleich auf. Hier, wie man das kennt, mit der schönen Schleife. Ich finde, dadurch ist das immer sehr, sehr hochwertig. Und ist auch immer super elegant. Naja, man muss schon an den Hallerienstrumpen ziehen, damit man es auch aufbekommt. So, und dann mache ich das Ganze mal auf. Dann versuche ich so ein bisschen hier an den Kanten festzumachen. So, ich stelle mir hier den Heben an und greife einfach rein, würde ich sagen. Da habe ich als erstes ein Getränk. Natural Sleep Drink von Snooze. Snooze oder Snooze? Snooze, glaube ich, wird das ausgesprochen. Sweet Dreams, Happy Days. Das ist diese Schätzle hier. Habe ich auch schon mal nicht in der... Ich meine, das gibt es auf dem Supermarkt. Ich meine, das ist auch schon mal gesehen zu haben. Das ist Ernährungsergänzungsmittel. Gebrauch, trinke eine Dose Snooze. Natural Sleep, trinke 30 Minuten vor dem Schlafen gehen. Okay, da sind dann da so... Nahrungsergänzungs-Sachen. Das kann man dann, denke ich, auch kalt stellen, schütteln. Hier oben kann man das Ganze dann aufmachen. Bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Das ist die Sorte Regular. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es da verschiedene Sorten gibt, aber wir können uns ja gleich mal gucken. Vielleicht finden wir da ja einen Preis von. Ich habe auch heute das Gefühl, ich bin irgendwie so... Und nicht ganz so im Bild. Ich hoffe, ich kriege das... Ach, irgendwas. Sorry, Leute. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mein Richtig hat sich verstellt. So ist besser, glaube ich, ne? Ja. Das ist doch schon mal besser. Eine kleine Umbaupause. So, dann... Ach, jetzt habe ich gekocht. Ist egal. Dann haben wir noch ein Produkt und zwar von DARF. Finde ich total klasse. Da haben wir einmal Pflegegeheimnis. Long Hair Ritual Shampoo mit Echinakea und weißem Tee. Also weißem Tee, da kann ich noch aussprechen. Da erkenne ich nichts. So, und das ist diese Shit Zone hier. Ja, bin ich mal gespannt. DARF hat sowieso sehr, sehr gute Produkte. Ist tierversuchsfrei. Finde ich schon mal total spannend. Werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Habe ich eigentlich schon mal ein Shampoo von DARF benutzt? Ich glaube nicht. Ich kenne nur diese Duschcremes, beziehungsweise Bodycremes. Obwohl, da habe ich eigentlich auch noch nichts gebracht, weil ich habe das als Backup in der Schublade. Ich muss das auch alles aufbrauchen, Leute. Ich muss das unbedingt alles aufbrauchen. So, und dann kommen wir mal zum nächsten Produkt. Das ist dieses kleine von Uriza. Uriza Beauty. Das kenne ich schon. Das ist ein Produkt auch gerne aus der Glossybox. Was ist das denn? Ah, ein Highlighter. Opaline Flawless Highlighter. Ja, mein Englisch ist noch the yellow from the egg. Ihr wisst ja Bescheid. Also das ist ein Stick Highlighter. Finde ich schon spannend. Ich lasse das jetzt auch erst mal zu, würde ich sagen. Dann gucken wir uns doch mal weiter um. Ja, cool. Das ist von Dr. Botanicals. Dieser Pomegran Superfood Sleeping Mask. Das ist diese hier. Die kommt euch vielleicht auch bekannt vor. Darf ich das sagen? Ich weiß auch noch gar nicht, welches Video ich zuerst hochlade. Aber ich denke, mein Unboxing von den Adventskalendern will ich wahrscheinlich eher hochladen. Auf jeden Fall, dieses Teilchen war auch in den Adventskalender von der Brigitte Box. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Packungen. Da bin ich total mal gespannt, wie das funktioniert. Werkt ihr bereits Erfahrungen damit habt? Gerne in den Kommentaren. Vielleicht schicke ich das der Melanie auch mit der Inglisse. Mein Gott, die hat sie auch eingebrochen. Ivan, wenn du was findest, du kannst mir gerne mal die Inglisse schicken. Ich sage dir dann Bescheid. Ich glaube, das war eine kleine gute Idee. Ich glaube, ich stresse die Kleine so total. Es tut mir leid, Süße. Aber komm erst mal zu. Und da kannst du dich immer noch melden. Auf jeden Fall werde ich es sehr, sehr gerne ausprobieren. So, und dann haben wir noch ein Produkt. Das ist von Avant Pro Collagen. Ein Primer. Okay. Da bin ich immer echt gespannt. Und ich weiß nicht, ob das noch, wenn er das erkennt. Ja, das ist ein bisschen schlecht, weil das so weiß ist. Aber so kann man uns halt fürs Erkennen, denke ich. Ja, Primer kann man eigentlich immer gebrauchen. Collagen. Ja, es ist eben ein Primer auf jeden Fall. Mit lauter schönen Sachen. Bin ich mal gespannt. Werde ich gerne ausprobieren. Und was haben wir dann noch von Gis? Gis Sander von Simply Gis Sander. Eine Body Cream. Ich muss sagen, Gis Sander habe ich früher mal benutzt. Beziehungsweise meine Mama hat das mal früher benutzt. Ist ein solider Duft. Ja, weiß er nicht. Mit den Body Creams. Ich muss da sowieso im Moment so ein bisschen sehr, sehr aufpassen, weil ich sehr Probleme mit meiner Haut habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche die nie. Also ich verwende die wirklich nie. Und ich denke, sowas kommt auf jeden Fall in die Verlosungsbox. Deswegen. Es wird auf jeden Fall, das kann ich ja schon mal verraten, 100 Abonnenten-Special geben. Also, ich weiß nicht, abonnieren. Das werde ich dann aber auf Instagram machen, denke ich. Das Gewinnspiel. Ja, das war es schon. Es ist alle. Also wir gucken uns mal die Sachen an. So, das erste Produkt. Ja, das ist also hier der Avant Skin Care Pro Perfecting Collagen Touch Eclat Primer. Das ist dieser hier. Ich hoffe, das könnt ihr auch noch erkennen. Also, das ist ja immer so bei der Clussy Box. Das erste Produkt ist eigentlich immer überall drin. So, 30 ml. Moment. 30 ml. 105 Euro. Heftig. Das ideale Produkt für einen ebenmäßigen Turm kommt hier. Also, das ideale Produkt für einen ebenmäßigen Turm kommt hier. Dieser perfekt schmierende Primer Licks. Und sorgt im Handumdrehen für ein schönes Hautbild. Er kaschiert saugt Unhebenheiten. Gleich dank Power voller Wirkstoffe, dem BH-Wert, sowie den Feuchtigkeitsgehalt deiner Haut aus. Ich bin geschockt, Leute. 105 Euro für so ein kleines... Also, ganz ehrlich. Also, damit müsste ich mindestens... Ich bin jetzt 42, da muss ich mindestens wie 20 aussehen. Das werde ich auch... Also, das werde ich echt... Da werde ich echt mal schauen. Also, ich bin echt gerade... Ich bin echt fast mundtot. So, von Dr. Botanical. Diese Pomegranate Superfood Regenerierende Sleeping Mask. Das ist hier eine kleine Größe. Das sind 30 ml. Die kosten 14 Euro. Oh, das finde ich hier schön, dass an... Also, wirklich auch mal steht, was die kleine Tube kostet. Also, die große Tube hat schon in meiner Fall 50 ml. Und kostet 22 Euro. Also, ich finde, um das auszuprobieren, ist das völlig in Ordnung. Kann man machen. So, dann haben wir auch direkt hier schon die Highlighter. Oh, der war ja auch da drin. Von Ocea Beauty. 8 Gramm. Da sind hier... Ja, fast 6,5 Gramm sind da drin. Also, 8 Gramm würden hier 22 Euro kosten. Hier, wie gesagt, sind 6,5 Gramm drin. Ja, ne? Also, fast ein Originalprodukt, kann man halt sagen. Das sind 1,5 Gramm, die da... Also, keine Ahnung, 20 Euro. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so mit Flüssig-Highlighter oder Stick-Highlighter echt absolut keine Erfahrung. Mein Freund ist gerade mit jemandem online am Spielen. Das wundert euch nicht. Weiß ich nur nicht. Ich habe von denen schon mal was gehabt. Das war, glaube ich, ein Lippenstift. War nicht ganz so auch meine Farbe, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den behalten werde oder ob ich den weitergehe, weil sie nicht mal schauen. Ich kann mich mit solchen Produkten nicht ganz so anfreunden. So, dann haben wir hier auch dieses Snooze. Snooze? Jetzt muss man natürlich bei solchen Mitteln sagen, Nahrungsergänzungsmittel. Also, wenn ihr Schlafstörungen habt, dann könnt ihr jetzt nicht erwarten, dass ihr so einen Drink nehmt und super schlafen könnt. Ich würde euch empfehlen, ich habe zwar Johanniskraut ausprobiert. Ist nur ein bisschen gefährlich, was Lichteinflüsse ist auf Boxen, künstliche Sonne und so eingeht. Das kann Hautirritationen heraus verursachen. Das habe ich jetzt auch sein gelassen. Wenn, dann kann ich euch auf jeden Fall Lavendelöl empfehlen. Das bekommt ihr auch bei DM von der Eigenmarke. Kostet wirklich nicht viel und bringt wirklich was. Lavendelöl hat mir auch am meisten, diese Kapseln haben mir wirklich auch am meisten geholfen. Denn, wie gesagt, Johanniskraut muss ich leider abbrechen, weil, ähm, da hat mich mein Hausarzt drauf gebracht. Weil, das wusste ich auch nicht, dass man sich da nicht in die Sonne und nicht in die künstliche Sonne legen kann. Und ich habe jetzt auf Boxen, kann vielleicht auch ein bisschen an meinen Hautausschlag liegen. Deswegen. So, dann war noch, ach, von der Eigenmarke, von Glossybox selber, ne Quatsch, von Sante, waren dann noch Monolidschatten. Und, okay, Monolidschatten, da sehen die so ganz normalen Dingen. Ich finde Paletten eigentlich immer ganz schöner. So, da haben wir ja von DAF diese Shampoo gehabt. Das war ja da drin. Klar, es ist das Originalprodukt, kostet 2,69 Euro, so. Mal gucken wir mal. Ja, diese Zika Handmaske von Neutrogena, die wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Hätte ich gerne getestet, ehrlich gesagt. La Roche-Posay hat man eigentlich auch schon, oh, ich bin echt froh, dass das nicht von Nevea da schon vor dabei war. Weil, das wäre echt nicht ganz so meinen Dingen gewesen. So, ich muss mal gucken, wie lange quatsch ich denn? So, und dann hatten wir ja noch, genau, dann hatten wir ja noch von Jacinda hier diese Body Cream. Klar, das ist kein Originalprodukt, das sind immer kleine Produkte. Das Originalprodukt hat 150ml und kostet 22 Euro. Da bin ich jetzt schade, dass jetzt nicht jeder Preis dabei steht. Hier sind 30ml. Muss man dementsprechend runterrechnen. Ja, und das war es eigentlich. Da ist natürlich wieder eine Sneak Peek für den nächsten Monat. Was erwartet dich im Februar? Im Februar heißt es natürlich wieder Valentinstags. Auf Valentinstag gibt es immer eine Special Box. Also, da kriegt ihr nicht diese regulären Boxen, sondern wirklich eine richtig schöne Special Box, die immer richtig, richtig sehr, sehr schön sind. Und Love Crossing Besonders Edition. Okay. Liebe kennt keine Grenzen. Dieser wichtige Gedanke möchten wir in unserer Februar Edition an so viele Beauty-Logger möglich herantragen und dich daran erinnern, wie lebenswert du bist. Wirf einen Blick in deine Glossy-Box. In deine Glossy-Box, Punkt. Und darin findest du pflegende und dekorative Essentielles, die dich im Lieblingsmonat Februar in einen ganz besonderen Special Design Box überraschen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, so wie die aussehen. Also, das ist eigentlich immer, die gibt es dann immer, wie gesagt, in so einer Special Box. All diese Produkte wurden in grenzenloser Hingabe mit viel Herzblut von uns ausgewählt. Greife zu, werde kreativ und kreiere Luxum verlieben. Hashtag Glossy-Love. Äh, Love, also Love. Oder... Okay. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ja, Leute. Das war die Glossy-Box. Was soll ich sagen? Ich bin ja immer so am Struggle mit der Glossy-Box. Das wisst ihr ja auch. Ähm, ich werde jetzt diese Box noch mal abwarten. Ich werde dann wahrscheinlich auch den März vielleicht noch mal die April-Box abwarten, weil im April habe ich ja Geburtstag. Und dann, glaube ich, werde ich es ab wieder abbestellen. Also, sie catcht mich leider überhaupt nicht. Wenn ich jetzt von der Goodie-Box sehe, okay, dieses Mal aber das echt ein hoher Wert alleine hier von diesem Primer. Ich bin da auch mal gespannt. Also, wenn ich da nicht mindestens 15 Jahre jünger sehe, dann funktioniert die nicht. Also, da bin ich nicht mal gespannt. Äh, klar, sehr, sehr hohen Wert. Auf jeden Fall. Aber ob es das so raushaut. Es sind immer zu viele Durerie-Produkte dabei. Und das finde ich immer so schade. Ich meine, ich finde es ja auch okay, wenn man so ein Shampoo da drin hat. Aber warum macht man, arbeitet man zum Beispiel nicht wie zusammen mit Paul Mitchell mit Redken? Und nimmt dann so ein High-End-Produkt. Also, also was von professioneller Haarpflege-Wiensten. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Und ja, wie gesagt, Highlighter-Stick ist jetzt nicht so ganz so meins. Aber gut, man kann es auch nicht hierhin recht machen. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren mal schreiben, wie euch diese Box gefallen hat. Ihr könnt auch gerne mal hier am i abstimmen. Ähm, wenn ich daran denke, werde ich das da auch reinschreiben. Ja, Umfrage-Abstimmung. Und macht da gerne mit. Und ansonsten, ja, hoffe ich euch. Hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Wie gesagt, Chaos-Queen ist wieder am Start. Ich bin nicht zu dumm zum Lesen oder so. Aber, ähm, das werde ich auch nochmal erklären, warum ich da so ein paar Probleme habe. Ähm, manchmal, das ist aber nicht nur beim Reden. Ähm, ich versuche ja hier auch ein vernünftiges Video auch mit euch zu machen. Ähm, und dann bin ich auch manchmal so nervös, dass ich einfach, hat auch einfach was mit meiner Erkrankung zu tun. Wunderbar, da werde ich ja nochmal ein Storytell-Video machen. Aber da muss ich auch wirklich die Zeit haben und mich extrem wohl in diesem Moment fühlen. Und, ähm, ich denke, ich werde das machen, wenn meine Freunde auf wieder arbeiten geht. Deswegen, ähm, ich bin aber auf das erste Storytell-Video oder Real-Talk-Video echt schon gespannt. Wie gesagt, das war die Glossy-Box. Ich will nicht mit ihr hier rumschnacken. Das sind auch schon wieder 18 Minuten. Ich bin leider alle, die so kurze Videos machen. Ja, okay, ihr könnt auch schneiden, ne? Yvonne kann nicht schneiden, Yvonne kann gar nichts. Äh, egal. Die kann auch nicht mehr lesen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, dann nicht. Ich würde mich auch über ein kostenloses Abo von dir freuen. Und dann aber auch bitte die Glocke aktivieren und Kommentar. Also Like, Kommentar natürlich und Abo da lassen. Und ansonsten dürft ihr auch gerne ein bisschen Werbung für mich machen. Wäre total lieb und schön, wenn ihr mich gerne euren Freunden auch empfehlen würdet. Ansonsten hoffe ich, ihr habt einfach eine gute Zeit gehabt und darum geht es. Und das möchte ich euch auch hier vermitteln und euch zeigen, hey, ich bin real, ich bin echt. Und ja, ich höre jetzt auf zu quatschen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, whatever, wann ihr euch dieses Video anschaut. Und ja, ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt und ich wünsche euch noch wunderschön, eine wunderschöne Zeit. Und ja, ich bin jetzt ruhig. Tschüss.